So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Ausrüstung von Satellitenstationen. Und zwar sollen wir 15 Gegenstände zerstören. Ich werde jetzt mal einfach hier, die am weitesten weg ist, hinfliegen. Also ihr müsst da wirklich nur an die Satellitenstationen hin und einfach nur die Bildschirme kaputt machen. Und hast du nicht gesehen. Ja komm, geh mal da hin. Also es ist eigentlich eine ziemlich simple Aufgabe. Ihr wisst aber, ich lade inzwischen wieder jede Aufgabe hoch. Denn wir wissen ja, manchmal sind die Aufgaben verpackt. Und da will ich natürlich für euch auch die Lösung finden und nicht einfach sagen, ja landet da. Und dann müsst ihr einfach nur alles kaputt machen. Ihr seht ja auch immer, dass bei mir die Aufgaben auch funktionieren. Und ich nicht einfach nur sage, ja mach das, mach das. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze gerne supporten wollt, lasst natürlich gerne einen Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo daraus. Und natürlich an alle Danke, die immer fleißig am Kommentieren sind. Auch wenn sie die Aufgaben sogar schon gemacht haben. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich würde jetzt sagen, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich glaube, wir sind hier echt alleine, wenn ich mich nicht irre. Ich höre mal nichts. So, die junge Dame haben wir auch. So, jetzt merkt ihr schon. Ich mache erstmal die normalen Gegenstände kaputt. Ah doch, die normalen zählen auch schon. Also, holt euch auf jeden Fall nochmal immer die Schraubenkisten mit. Denn ihr müsst definitiv viele, viele Waffen aufwerten. Ihr seht, zack, einfach nur ein kleiner Tipp am Rand. Und ihr seht oben links auch, die Sachen werden immer weitergezählt. Ich mache jetzt hier einfach alles kurz und klein. Ein Gegner hat sich doch hier verlaufen. Also 15 Sachen müssen wir hier halt einfach zerstören. Und, lass mich raten, er hat eine Pump. Oh, das ist die Wache. Kann auch die Wache sein. Ach, ich glaube, hier gibt es auch Wachen. Aber ihr seht es ja, eigentlich, ihr braucht noch nicht mal Ausrüstung. Die Aufgabe ist schon wieder in Anführungszeichen verbuggt. Nämlich, ihr müsst einfach nur prinzipiell, einfach nur Gegenstände kaputt machen. Sei es Blumentöpfe oder hast du nicht gesehen. Ihr seht schon, ich bin jetzt bei 14. Ach, ich glaube, irgendein Gegner trun doch hier oben. Zack. Tut mir leid für dich. Aber ich will die Aufgabe fertig haben. Und zack, da seht ihr, Level 58. Also, ganz easy. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.